Text-Effekt Schein Hinterlegen Sie Ihren Text mit einem Schein. Nur wenige Schritte sind hierfür notwendig. Öffnen Sie zunächst ein neues Fenster mit einer passenden Größe. In unserem Beispiel wählen wir für Breite und Höhe jeweils 500 Pixel. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu bestätigen. Die Hintergrundebene wird nun schwarz eingefärbt, damit der Schein mehr Wirkung bekommt. Wenn die Hintergrundfarbe im Farbwähler der Werkzeugpalette bereits schwarz ist, dann drücken Sie gleichzeitig die Tasten STRG plus Eingabe, um die Fläche damit zu färben. Klicken Sie auf das Textwerkzeug, ziehen Sie einen Rahmen auf und schreiben Sie ein beliebiges Wort. Die Schriftfarbe spielt vorerst keine Rolle, sie kann auch im Nachhinein noch geändert werden. Richten Sie das Textfeld mittig aus, da der Schein zu den Rändern hin Platz beansprucht. Im Anschluss kopieren Sie die Textebene, indem Sie sie in der Ebenenpalette bei gedrückter Maustaste auf die Schaltfläche Neue Ebene ziehen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ursprüngliche Ebene und wählen Sie Text Rastern. Im Menü Filter Verzerrungsfilter aktivieren Sie Polarkoordinaten. Wählen Sie Polar rechteckig und bestätigen Sie mit OK. Drehen Sie die Fläche um 90 Grad im Uhrzeigersinn, indem Sie im Menü Bild den Befehl Bilddrehung auswählen. Mit dem Stilisierungsfilter Windeffekt wird dem Schein die richtige Form hinzugefügt. Insgesamt führen Sie den Filter nun sechsmal aus. Wählen Sie Windstärke von rechts kommend. Mit der Tastenkombination STRG plus F wiederholen Sie den soeben angewandten Filter. Betätigen Sie die Tastenkombination zweimal. Im Anschluss verwenden Sie den gleichen Filter noch einmal, diesmal allerdings Mittelwindrichtung links. Drücken Sie aber mal STRG plus F, um auch diese Windrichtung zweimal anzuwenden. Sieht Ihr Ergebnis der Abbildung ähnlich, dann drehen Sie die Fläche unter Bild-Bilddrehung um 90 Grad zurück. Der Filter Polarkoordinaten muss nun wieder umgekehrt werden. Im Gegensatz zu vorher entscheiden Sie sich nun für rechteckig Polar. Durch die Einstellung hat sich die Ebene auf der Fläche verschoben. Versuchen Sie, die zuvor kopierte Textebene auf die Ebene darunter deckungsgleich zu verschieben. Mit STRG plus T kann die Ebene, wenn nötig, in der Größe transformiert werden. Wechseln Sie nun wieder auf die Ebene, die den Schein enthält. Mit STRG plus U öffnen Sie das Fenster Farbton Sättigung. Aktivieren Sie Färben, indem Sie ein Häkchen davor setzen und versuchen Sie die richtige Farbe, die richtige Helligkeit und die passende Sättigung zu finden.